Herzlich Willkommen, liebe Naturfreunde, zu einem neuen Video über Schmetterlinge. Heute geht es um den Eschenschickenfalter, einer unserer schönsten, aber leider auch seltensten Tagfalter in Deutschland. Dieser Schmetterling erscheint in den ersten zwei Juniwochen. Anfang Juni konnte ich in einem lichten Waldstück einen sehr seltenen Vorgang beobachten. Es war die Geburt eines Eschenschickenfalters. Das war die Geburt. Das war die Geburt. Die Geburt ist eine Lebendige Geburt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020